Du hattest ja so'n bisschen gefackelt, ne? Ja Alter, warum ist da auch noch ein Tentakel? What the fuck? Welche Steine, die hier jetzt bei sind, die kenn ich noch gar nicht Gibt es doch schon länger Die sind ganz... Die bringen nur Stein Stein und Flints Yay Du bist behindert Warte mal, wenn ich da oben abgefackelt bin, dann müssten die Bienen sogar tot sein Ach, die Bienen, die spinnen Könnte man sogar ein Backnetten bauen Ich glaub, dann können wir auch eine Fisherboard machen, nenn ich? Ne, ich mach ein... Netz Fangnetz Und fang ich nämlich als erstes die Bienen Ein paar Bienenmien Und ein Bienenhaus Ein paar Bienenmien Machen wir mal ein paar Spitzhacken mehr Aber ich seh die immer noch auf der Karte Ne? Also so... Vom Rand her Haben sie die optimiert vielleicht? Neue Ahnung Optimiert behindert Oh ja, ist klar, vielleicht Du bist behindert Optimal behindert Das wird unser neuer Wort optimal behindert Na wohl, komm Essen, 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 essen Jungs, ich muss aber bei euch alles abfahmen, tut mir leider leid Leider, leider, optimal behindert Ne, tut's mir nicht So viele Büsche Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab gleich 100 Grastbündel Okay Drei Zehn Sind mal 20 Bärenbüsche hier Ich hab wieder 42 Steine bei mir Ich hab mich tatsächlich immer Freude bei den Abbauern Ticket Space Meins, meins Hehehe Ah, Truta nimm dir euch welche Ich hab sowieso genug Ich hab jetzt gleich 40 Bären 37 Und ich muss total niesen Ja? Mh Man muss interessiert dich doch sonst auch nicht Sonst niest du doch auch einfach Ne Nee, diesmal musste ich mich muten, älter, der hat schon so gezuckt in der Nase. Ich hab schon gewusst, dass du dich gemutet hast, weil du nichts mehr gesagt hast. So, dann machen wir ein kleines Feuer. Na genau, Männer, ihr geht ins Haus. Und ich gucke. Geil, jetzt brennt alles ab hier. Yay. Aber nur drei Bärenbüsche, okay, das ist noch verkaufbar. Ja, also bei so einem kleinen Lagerfeuer brennt alles drumherum ab. Okay. Was ich ein bisschen blöd finde. Na gut, sammeln wir die Asche dafür ein. Darkpads, Tom, verbrennt. Fock. Oh, dass man alles einzeln klicken muss. Dass man nicht, wenn man ein ganzes Deck da reinziehen und alles macht. Deswegen wäre das geil, wenn man so ein Kochinterface hätte da drin. Ah, es gibt einen riesen Fire Pit. Ich glaube, da geht das sogar. Es hat einen, gab es zwei Dead Sheep. Okay. Dann hatten die so ein riesengroßes Feuerding. Okay. Du bist optimal behindert. Time for food, Männers. Habt ihr recht, time for food. Ich fress mich jetzt auch einmal voll. Boah, ich bin komplett voll wieder. Ich bin komplett voll. Na ja. Mit allem voll sogar. Na gut. Jetzt habe ich keine Zeit darauf voll. Drei Herzen und fünf Sanity, aber ist nicht so schlimm. Wo ist denn der Wald, den ich total abgefackelt habe? Weiß er nicht. Boah, hier sind so viele Steine, das geht gar nicht. Einmal Papyrus. Könnte ich die sogar mitnehmen? Ich habe keine Schaufel. Schön, dass er, wenn man die gleiche Spitzhacke nochmal hat, dass er die einfach wechselt, dann, wenn die andere kaputt ist. Ich habe noch einen Buschhut. Oh, du bist so behindert, ne? Ja, Mann, ich habe noch einen Buschhut. Ja, den schenke ich dir gleich. Hm. Nee, ich habe meinen Strohut, den behalte ich. Nein, Mann, du nimmst. Du hast viel mit dem Buschhut. Nein. Der Strohut geht ja auch nicht kaputt. Na, ist ja gut. Auch Papyrus, Papyrus, Papyrus. Ich kann bloß kein Papyrus mehr. Ja, aber wir brauchen den Strohut ja auch, ne? Ja, klar. Ähm, ähm. Tag zwölf haben wir jetzt. Ah, so geht schnell. Ja, weil wir schon besser drauf haben als vorher. Ja, ja. Ja. Wir haben es immer besser drauf. Ist ja ein scherzweil, den ich abgekackt habe. Irgendwas backt da rum. Ist das ein lebender Baum? Du sollst ihm bald nicht ankacken. Ich wackel den nächsten Lever, ob ich schwöre. Ah, da ist er. Du sollst ihn nicht ankacken. Alter Schwede. Hack. Nein, ich wollte ja nur Holzkohle holen gehen. Ja, mache ich schon. Ich sammle gerade viel, viel Holzkohle. Ich habe neun Stück bei mir. Ich glaube, ich werde gleich mit 40 Stück, 50 Stück nach Hause gekommen. Keine Spitzsacke mehr. Nee. Ich will auch gerade keine bauen. Ich will gucken, was hier noch so ist. Vielleicht finde ich ja noch mal was. Und werde nicht immer zurückgelegt. Leckt es wieder? Ja. Vielleicht müssen wir eine kleine Aufnahmepause machen und wieder neue machen. Nö, glaub nicht, dass es da dran liegt. Oder das Spiel sagt einfach, du suchtest zu viel. Nein, nein. Oh, das ist eine Spinne. Ich glaube, dass du so viel aussammelst. Wahrscheinlich auch nicht hier was Neues der Kunde. Das kann sein. Ja gut, ich hacke und sammle direkt auf, ne? Ich nehme mich jedes Smile an dabei. Wenn wir so weit auseinander sind. Aber ich hacke halt nur immer einen Baum ab und sammle gleich direkt die Kohle auf. 21 Kohle schon. Oh, verpiss dich doch, Spinnen-Warrior. Hau doch ab. Jetzt mal auflischt. Wow, die schwingt auch noch, die blöde Spinne. Wow, du bist ja so behindert. Optimal behindert. Ich höre schon auf. Optimal behindert. Wenn ich schon auf höre, du auch auf, du Arsch. Nö. Optimal behindert. Warum aufhören? Oh, hör auf zu lecken. Lass mich drücken. Na komm, sammle mal das eine. So, 30 Kohle. Na, das wird noch ein bisschen mehr. Ich glaube, man kann hier viel, 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 machen, weil der ganze halbe, ja, der ganze, der halbe Wald, der ganze halbe Wald, genau. Glaubst du? Boah, ich komm noch. Boah, ich geh jetzt zurück. Nervt. 43 Kohle. Ich sag ja, wenn du ein neues Gebiet erkundet, dann fängt es ein bisschen mehr anzulegen, als wenn er den da lang klopft, was nicht ist. Ja, oder wenn du, wenn du zu viel durchgehend machst, wenn du vielleicht so einen halben Tag oder so in dem Gebiet bist, oder so in der Nähe davon, dann geht das eigentlich wieder. Ich hab sonst kein Zeit, nix da. Okay. Also halt zum Haul. Du hast keine Ahnung. 53 Kohle. Wir werden ein bisschen viel Holzkohle haben. Ja. Aber das ist schon mal gut. Ich hab da eben ein Spinnnetz gefunden, oder gesehen. Fein. Ich such das mal eben. Kannst dich auch nicht beherrschen. Du, ich hab mich nicht rumgerülpst. Ich schaue nicht. Das Spinnnetz weg. Ich glaube, das Spinnnetz ist kaputt. Kaputt da. Oh, ich wick dich nochmal runter jetzt. 27 Grad nur noch. 61 Kohle. Da ist unser Hum. Ich hab hier noch ein... Ich hab noch ein Wurmloch gefunden. Okay. Dann bin ich ganz weit vorbeigelaufen dran. Wow. Du bist jetzt links von mir. Bist ja noch weiter weg. Warte mal. Okay. Boah, wie weit weg bist du? Geht. Warte mal. Ist das nicht das Wurmloch, was schon mal da existierte? Nee. Das ist weiter rechts, das eine Wurmloch. Ja. Oder ein Stückchen weiter rechts. Ja. Oder ein Stückchen weiter rechts. Na gut, zwei Wurmlöcher, die... ...se verbindbar sind. Meine Map ist weg. 77 Kohle. Jetzt ist sie wieder da. Soll ich mal ein Stack mitbringen? Dash. Fick dich. Was denn? Also egal, mach doch einfach. Fack doch nicht immer so blöd. Ja, ich frage mich, wie viel wir... ... noch sie brauchen können. Was brauchen wir das denn eigentlich für... ... nur für das Ding, ne? Töpfe, für die Töpfe, ja. Dann können wir gleich mehr Sachen kochen. Hm, na, Kochtöpfe würde ich sagen. Ja, ja. Aber so viele brauchen wir eigentlich auch nicht. Reicht, wenn man insgesamt sechs Stück hat, würde ich sagen.